Ein herzliches Willkommen hier auf dem Flugplatz Becken-Neustadt auf dem Dümpel. Mein Name ist Boris Gorski und ich bin der zweite Vorsitzende des Luftsportclub Dümpel e.V. Seit den Lockerungen, die am 7. Mai in Kraft getreten sind, können wir auch endlich wieder unserem Hobby nachgehen. Genau wie alle anderen Vereine und Sportler auch, mussten wir während der Corona-Zeit auch aussetzen. Ganz konkret bedeutet das aktuell für uns, dass wir auch mit unserer Siegelflug-, Motorflug- und Motorseglerausbildung wieder beginnen dürfen. Bedingung ist dafür, dass wir während der doppelsitzigen Flüge mit Mundschutz fliegen und auch nach den Flügen bei Pilotenwechseln die Instrumente und Bedieneinheiten der Flugzeuge gründlich desinfizieren. Gastflüge sind aktuell leider noch nicht möglich. Wir hoffen allerdings, dass diese bei weiteren Lockerungen, die ja vermutlich Ende des Monats in Kraft treten werden, dann auch wieder Gastflüge anbieten können. Zurzeit ist der Flugplatz leider auch für Gäste gesperrt. Es dürfen nur ausschließlich Vereinsmitglieder auf dem Flugplatz sein, die am Flugbetrieb teilnehmen. Leider mussten wir auch unser Flugplatzfest verlegen, das für Mitte Juni geplant war. Und wir hoffen nun, dass nach der Corona-Epidemie im September die Möglichkeit besteht, unser großes Fest hier oben, unser Familienfest, dann auch wieder mit Ihnen gemeinsam zu feiern und dass wir Sie dann hier begrüßen dürfen. Für Interessenten, die sich mit Gedanken tragen, das Segelfliegen zu erlernen, bietet sich selbstverständlich auch jetzt schon die Möglichkeit, aktiv in den Verein einzutreten und mit der Segelflugausbildung, aber auch mit der Motorsegler- und Motorausbildung zu beginnen. Dazu nehmen Sie bitte einfach über unsere Homepage lsc-dümpel.de Kontakt mit uns auf, dann können wir alles Weitere gerne besprechen.